Um dich abzulenken, widme dich einer Sache, die du wirklich gern machst. Vielleicht liest du gern ein Buch, probierst gern neue Rezepte aus oder hörst gerne Musik. Spaß an einer Sache zu haben, kann dich davon ablenken, dass du dir zu viele Gedanken machst. Du kannst auch Sport treiben, indem du laufen gehst oder Yoga machst. Somit konzentriert sich dein Verstand auf deinen Körper und es werden Endorphine freigesetzt, die die Laune heben. Wenn du nachts nicht einschlafen kannst, weil deine Gedanken nicht zur Ruhe kommen, kannst du versuchen, deine Gedanken aufzuschreiben. So bekommst du den Kopf frei und schläfst leichter ein. Wenn rein gar nichts hilft, vertraue dich jemandem an. Wenn du dich mit dem, was dich belastet, nicht auseinandersetzt, wird es möglicherweise nur schlimmer. Vielleicht hilft es, wenn du jemandem davon erzählst.